Im Akaneum in Winterfeste, in der Akademie von Winterfeste sind wir jetzt hier im Akaneum, da habe ich nämlich was hier gefunden, nämlich hier hinten auf der linken Seite vor ihm ist nämlich eine Forschungstruhe, die wir erstmal öffnen müssen. Wo sich hier 1, 2, 3, 4 Ringe befrieden, die brauchen wir und jetzt weiß ich nämlich auch wo Schürr die sind, nämlich wir müssen in den Keller. Wir müssen nämlich runter in die Müllgrube, dadurch, jetzt habe ich nämlich endlich die Ringe gefunden. Und jetzt such mal hier die Dädrische Hand. Gucken, wo die ist. Das ist eine der Bekräftigung. Niemals auch nicht. Hey, aufpassen! Und, wie es aussieht, sagt. Ah, sind wir schon richtig? Wir sind schon irgendwie Marielicht. Und, wie es aussieht, sagt. Und, wie es aussieht, sagt. Da ist sie nämlich hier. Die Hand mein ich. Oh, mal gucken. Den Zeigefinger, Ringfinger, Baller, nee. Mittelfinger, Trio, hast du nicht gesehen? Der kleine Finger. Wo bin ich? Hier! Also raus damit! Ah, ich dachte schon, dieser Tag würde niemals kommen. Dann habt ihr also den bindenden Zauber gebrochen? Nun, es macht keinen großen Unterschied. Ihre Seelen sind dennoch im Reich des Vergessens gefangen. Und ich bleibe hier. Wo ich hingehöre, ist zurück an Bord meines Schiffes, der Abbeckian. Ihr habt nicht die leiseste Chance, mich zu besiegen, Welpe. Macht euch nicht die Mühe. Warum schließen wir nicht stattdessen einen Handel ab? Diese Kinder sind ohnehin tot. Mich zu töten, wird sie nicht zurückbringen. Ich dagegen habe meine Zeit auf Mundus gut genutzt. Lasst mich frei, dann teile ich etwas von meinem Reichtum mit euch. Vor Jahren habe ich in der Nähe einmal Beute verstecken müssen. Wir hatten eine kaiserliche Galeone vor der Küste versendt. Gute Ware, aber wir konnten nicht allzu viel mitnehmen. Wir versteckten, was wir nicht tragen konnten. Und ich verbarg die Stelle mit einem Trick, den ich kenne. Ich kann euch die Richtung zeigen. Und dann gehen wir beide unserer getrennten Wege. Namen haben Macht, Bürschchen. Das solltet ihr inzwischen wissen. Sagt einfach, Welex Hein, ich lasse euch frei. Huff, gehe ich meiner Wege. Wo bin ich? Ah, ihre Seelen sind wo ich? Ihr habt nicht die Leid. Dies. Lasst mich frei. Vorjag. Wir verstecken. Ja, ja, kennen wir. Namen haben Macht. Kluges Bürschchen. Na, guck, ich weiß. Nehmt die Karte. Die Beute ist dort versteckt. Sie zeigt sich euch, wenn ihr in ihre Nähe kommt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Sterblicher. Okay, mal gucken, was das für eine... Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Da haben wir sie. Also, wir sind nämlich hier in Pilgergraben und Ismogors Grab. Unter der Statue hier. Da finden wir hier Goldbarren. Bisschen Gold. Ganz richtig schwer. Die Wellerstatue. Und mit von Talos Marrakes. Und mit von Becher. Okay. Also nicht so wirklich viel, aber halt ein bisschen besser. Ja, ja. Dann haben wir jetzt schon doll. Und da, wo ich, ihr habt nicht die Leise, wie ihr wollt, ihr Stück Fleisch. Ich, niemanden kommt. Oh. Hm, haben wir auf L-Event. Okay, krumm Säbel. Okay. Nicht Dölle. Oh, ich kann hier kein Leder auf die Welt loslassen. Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.